Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Am letzten Wochenende hatten wir unsere Heilungstage. Der Schwerpunkt war innere Heilung und Gott hat mächtig gewirkt. Versöhnung und Heilungen sind geschehen. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Auch mit einem Thema, das wir in den Heilungstagen hatten. Die Wahrheit macht frei. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Die Wahrheit macht frei. Wir lesen da in Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ja, du sagst die Wahrheit erkennen. Heutzutage in den Medien, mal ist das die Wahrheit, mal ist das andere die Wahrheit. Und dann kommt wieder jemand mit einer anderen Wahrheit. Sogar im christlichen Glauben gibt es viele, die über verschiedene Dinge, verschiedene Wahrheiten haben. Aber ganz einfach ist es. Wer ist die Wahrheit? Wo ist die Wahrheit zu finden? Und das lesen wir in Johannes 14, Vers 5. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ist das nicht wunderbar? Das ist nicht nur die Wahrheit, sondern er selber. Jesus sagt von sich selber, ich bin die Wahrheit. Da haben wir doch das ganze Rezept, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, dann wissen wir die Wahrheit. Und wir leben gerade in so einer Situation, wo wir nicht wissen manchmal, wie wir uns zu entscheiden haben. Wo ist die Wahrheit zu finden? Und der eine sagt so, der andere sagt so, ich sage dir, rede mit Jesus und du wirst die Wahrheit finden. Danke, Herr, dass wir in dir die Wahrheit finden, denn du bist die Wahrheit. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, lass uns nicht bei all den Ratgebern den Rat suchen, sondern, Herr, der Rat ist bei dir, Herr. Du hast die Wahrheit und du bist die Wahrheit. Und, Herr, wir wollen in der Wahrheit wandeln, denn die Wahrheit macht uns frei. Danke. Amen. Amen. Und eine Frau bietet für ihren Ehemann um Gebetshilfe. Sie schreibt, liebe Glaubensgeschwister im Missionswerk, ich bitte für meinen Ehemann um Fürbitte. Bei einer Leistenbruch-OP gab es zehn Minuten Herzstillstand, was zur Folge hat, dass die Beine nicht mehr richtig funktionieren. Er hat keine Kraft und Schmerzen. Ebenso eine Schwerhörigkeit eingetreten, sowie der bereits vorhandene Sprachfehler ist verstärkt. Nachdem die Ärzte nicht wissen bzw. sagen können, was Fakt ist und nicht helfen können, erbitte ich das Eingreifen unseres himmlischen Arztes. Das ist wirklich eine schwerwiegende Situation und da wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst und dass du auch um die ganzen Funktionen weißt, die jetzt nicht mehr richtig gehen, wo Dinge einfach aussetzen durch diesen Herzstillstand. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du alle Funktionen wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir, dass dieser Mann wieder springen kann, wie ein Hirsch, so wie es in deinem Wort geschrieben steht. Du bist der Herr auch über diese Situation und ich danke dir für deinen Heilungsstrom, für deine Heilungskraft, die du am Kreuz erworben hast. Und ich danke dir, Jesus, dass dieser Mann wieder vollkommen hergestellt wird und dass du ihn berührst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ein Mann bittet um Gebet wegen seiner Nieren. Liebes Missionswerk-Team, seit einiger Zeit habe ich Nierenleiden, brauche Katheter und muss dreimal zur Dialyse. Da ihr für mich gebetet habt, brauche ich nur noch zweimal zur Dialyse. Am 18. Mai muss ich wieder ins Krankenhaus. Dort sollen die Katheter gewechselt werden. Bitte betet für mich, dass alles in Ordnung geht. Vielen Dank für eure Hilfe. Und Jesus, wir danken dir, dass du bei diesem Mann begonnen hast, zu heilen und zu wirken. Und ich danke dir, dass du das fortführst, dass du das, was du begonnen hast, zu Ende führst und dass er vollkommen heil sein darf durch das, was du am Kreuz errungen hast. Ich danke dir, Jesus, für deine Heilungskraft, dass diese Nieren wiederhergestellt werden und dass sie normal funktionieren. Ich danke dir für die Wiederherstellung von Organen, von diesen Nieren. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, dass du mit ihm bist, dass du bei ihm bist und dass du wirklich ein Wunder tust. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Und eine Frau bittet um Gebet wegen Parkinson. Ich bitte um Gebet für meine chronische Gastritis und heftige Darmprobleme. Der Darm arbeitet aufgrund der Parkinson-Erkrankung eingeschränkt, sodass immer die Gefahr eines Darmverschlusses besteht. Danke für euren wunderbaren Dienst. Ja, da beten wir gerne dafür. Und irgendwie ist momentan so eine Zeit, wo so viele Parkinson-Gebetsanliegen kommen, aber auch viele Heilungen, wo Gott Parkinson heilt. Und das ist so gewaltig. Und wir beten jetzt auch für diese Person. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du schon so viele geheilt hast. Und, Herr, hier eine weitere Person. Ich danke dir dafür, Herr, das, was bei Ärzten und bei Menschen nicht möglich ist, dass du es schenkst. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Heilung am Kreuz gewirkt hast. Und ich danke dir dafür, Herr, dass sie auch durch deine Striemen heil sein darf. Und alles, was damit zusammenhängt, der ganze Körper, dass er heil ist, in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen für eine Mutter. Liebes Gebetsteam, seit vielen Monaten leidet meine Mutter unter unerträglichem Juckreiz. Sie ist 85 Jahre alt und kein Medikament, keine Behandlung hat bisher geholfen. Laut ihrer Aussage ist sie in Dunkelheit und will nach Hause. Bitte betet mit mir um Gottes Wunder im Leben meiner Mutter. Vielen lieben Dank. Ja, danke, Herr. Du kennst diese Mutter und du kennst auch die ganze Situation. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du ganz nahe bist, dass du ihr einen wunderbaren Frieden schenkst. Herr, keine Furcht. Und ich danke dir auch den Verwandten drumherum, Herr, den Kindern und was drumherum ist. Ich danke dir dafür, Herr, schenk du einen wunderbaren Frieden. Und aus diesem Frieden, Herr, schenke Berührung, Herr, dass dieser Juckreiz verschwindet. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe. Und eine Frau aus dem Norden Deutschlands schreibt uns überglücklich. Ich hatte Essstörungen, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen. Sie haben für mich gebetet. Jesus ist so gnädig. Er hat mich von allem befreit. Ich fühle mich glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Danke Gott dafür und euch für euer Gebet. Und es kann man wirklich nachvollziehen, diese Freude. Und ein Zeugnis aus der letzten Gebetsnacht. Herzlichen Dank, dass Sie für meinen Sohn in der letzten Gebetsnacht gebetet haben. Das Gebet wurde erhört und er braucht nicht mehr am Rücken operiert werden. Es geht ihm wieder viel besser und er hat keine Probleme mehr. Auch meinem Knie geht es viel besser. Auch dafür wurde gebetet. Ich kann unserem himmlischen Vater nur Danke sagen für alle Gebetserhörungen und ein Danke auch an euch. Ja, ein Ehepaar ist voller Dankbarkeit über Tochter und Enkelkind. Wir sind sehr dankbar, dass wir für unsere Tochter gebetet haben. Das sind schon einige Wochen her. Wir haben darauf vertraut, dass Jesus ihre und unsere Gebete erhört. Unsere Tochter hat am 14.02. ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die Geburt verlief überraschend gut, ohne Komplikationen. Alle psychischen Beschwerden sind schon vor der Geburt abgeklungen und jetzt nach der Geburt nicht mehr vorhanden. Unser Enkelkind ist wohl auf. Gott sei Dank und Ehre. Was für eine Freude. Und aus Bayern schreibt uns eine Frau folgende Gebetserhörung. Ich bat euch vor einiger Zeit für mich zu beten. Ich möchte in die Nähe meines Sohnes umziehen und suchte dort eine Wohnung. Gleichzeitig wollte ich mein Haus verkaufen. Einige Wochen passierte gar nichts. Letzten Samstag habe ich den Mietvertrag für meine neue Wohnung unterschrieben. Und gestern habe ich mein Haus verkauft. Ehre sei dem Herrn. Ja, und manchmal dauert es auch ein bisschen. Aber Gott kommt nie zu spät. Ja, es ist immer wieder sowas von überraschend, worum sich Gott immer kümmert. Und für was wir beten dürfen und wir dürfen echt alles vor Gott bringen. Und das ist so wunderbar. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, heute mein Tipp. Der Tipp zur Wahrheit. Suchst du die Wahrheit in irgendeiner Sache? Suchst du die Wahrheit in irgendeiner Sache? Ich wiederhole es gerne nochmal. Dann geh zu dem, der die Wahrheit ist. Du sagst, wie mache ich das? Geh einfach irgendwo hin, wo du dich konzentrieren kannst, wo kein Lärm ist und bete zu deinem Herrn. Sag, du bist die Wahrheit. Zeige du mir die Wahrheit. Und ich bin sicher, du wirst Impulse bekommen oder irgendeine Information oder irgendwas wird es dir zeigen. Gott verlässt dich nicht. Er zeigt dir die Wahrheit. Wenn du Sorgen oder Nöte hast, dann darfst du uns gerne schreiben. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und am Sonntag sind wir wieder live im Gottesdienst für dich zu sehen über YouTube oder Livestream. Dann auch noch eine ganz schöne Sache. Unser neues Magazin ist da. Schau es dir an. Es wird dir zum Segen sein. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Und wir verabschieden uns von dir und wünschen dir alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Oder wir sagen uns, weil dich die exponentially Strafzell ist.